Willkommen zur OpenGeoEDU Übung Lärm an Schienenstrecken. Wie in der Vorlesung zum Fallbeispiel Umgebungslärm schon erwähnt, übernimmt das Eisenbahnbundesamt die Lärmkartierung an den Schienenwegen des Bundes mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr. Diese Daten nutzen wir in der folgenden Übung. Zur Problemstellung unserer Übung ein paar weitere Details. Das Eisenbahnbundesamt stellt ein Ergebnis der Lärmkartierung die Lärmstatistik nicht nur im Kartendienst dar, sondern zusätzlich eine Zusammenfassung der Daten nach Bundesländern aufbereitet offen zur Verfügung. Diese Daten finden sich zum Beispiel in der M-Cloud. Die Lärmstatistik gibt Auskunft über die vom Lärm belasteten Einwohner, die belastete Fläche und die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schul- und Krankenhausgebäude in den entsprechenden Pegelklassen. Die Lärmkennziffer beschreibt die Lärmsituation bezogen auf den Lärmpegel und die davon belasteten Einwohner. In dieser Übung sollen die Daten der Lärmstatistik aufbereitet und für ganz Deutschland visualisiert werden. Dazu benötigen wir zusätzlich einen bundesweiten Datensatz der administrativ-politischen Gliederungen. Mittels einer Suchabfrage auf mcloud.de finden Sie die Lärmstatistik des Eisenbahnbundesamtes. Suchen Sie nach Lärmstatistik, dann finden Sie den Datensatz Lärmstatistik für die Hauptstrecken. Speichern Sie diese Tabelle ab. Die Gemeindegrenzen haben wir schon in verschiedenen anderen Übungen genutzt. Auf der Seite des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie finden Sie diesen Datensatz unter der Rubrik Open Data. Die Daten stehen neben dem Download auch als Webmap-Service oder Webfeature-Service zur Verfügung. Jetzt haben wir die benötigten Daten und stellen einige Überlegungen zur sinnvollen Verknüpfung der Daten an. Dazu modellieren wir die Daten mittels eines Entity-Relationship-Diagramms. Hierfür nutzen wir Draw.io. Dies ist ein Open-Source-Technologie-Paket zur browserbasierten Erstellung von Diagrammen. Mit den Standardbausteinen auf der linken Seite zeichnen wir ein entsprechendes ER-Diagramm. Für die spätere Verwendung exportieren wir das Diagramm als Bilddatei. Nach der Modellierung bereiten wir die Daten für die nächsten Arbeitsschritte auf. In der Tabelle zur Lärmstatistik sind die betroffenen Gemeinden in separate Tabellenblätter nach Bundesland sortiert. Für die spätere Auswertung mit ArcMap ist es erforderlich, die Daten in ein einziges Tabellenblatt zu übertragen. Das Deckblatt wird für diese Bearbeitung nicht benötigt. Speichern Sie die Tabelle anschließend als CSV-Datei ab. Laden Sie die Gemeindegrenzen und die erstellte CSV-Datei der Lärmstatistik in ArcMap. Die beiden Datensätze haben auf den ersten Blick als gemeinsames Merkmal den amtlichen Gemeindeschlüssel, kurz AGS. Über diesen sollte es somit möglich sein, die Daten zu verknüpfen. Wir sprechen von Join-In. Bei genauerer Betrachtung der beiden Tabellen stellt sich jedoch heraus, dass bei der CSV-Datei die führenden Nullen nicht mehr vorhanden sind. Außerdem ist der AGS bei den Gemeindegrenzen als Datentyp String bzw. Text und bei der CSV-Datei als Datentyp Long, also als ganze Zahl, eingetragen. Diese Einträge müssen somit im Datentyp harmonisiert werden, bevor ein Join durchgeführt werden kann. Ausführliche Erläuterungen der dazu erforderlichen Schritte finden Sie im Skript zu dieser Übung. Als Ergebnis der Harmonisierung haben wir eine Tabelle mit Gemeindegrenzen nebst zugehörigen achtstelligen amtlichen Gemeindeschlüssel, Einwohnerzahlen und den Lärmkennziffern aus der Lärmstatistik. Nicht benötigte Spalten lassen sich ausblenden. Da in beiden Sätzen die amtlichen Gemeindeschlüssel nun als Text und mit jeweils acht Stellen vorliegen, können diese über die gemeinsamen Werte in den Feldern AGS und AGS-Text gejoint werden. Wichtig ist zudem die Option Keep Only Matching Records zu aktivieren, also nur die passenden Datensätze beizubehalten, damit die Gemeinden wegfallen, für die keine Lärmstatistiken existieren. Wir erinnern uns, nur Schienwege mit über 30.000 Zügen pro Jahr werden von der Lärmkartierung des Eisenbahnbundesamtes erfasst. Das Ergebnis dieses Joints sieht so aus. Die kommunale Lärmkennziffer wollen wir nun zusammen mit den Haupteisenbahnstrecken darstellen. Zur Sichtbarmachung von verschiedenen Lärmkennziffern färben wir den Layer in der Stilverwaltung nach einem aussagekräftigen Farbschema. Dazu nutzen wir die Werte der LKZ-Spalten in einer abgestuften Darstellungsweise. Die Anzahl sowie die Intervallgrenzen der Klassen sollten sinnvoll gewählt werden. Die hier gewählte Darstellung ist lediglich ein Vorschlag. Zur Erstellung einer druckbaren Karte inklusive aller notwendigen Kartenelemente wie Titel, Legende, Maßstab, Nordpfeil und so weiter empfehlen wir unser Tutorial Kartengestaltung zu konsultieren. Im letzten Abschnitt sollen die Methodik beschrieben und die Ergebnisse interpretiert werden. Folgende Punkte können bei der Interpretation angesprochen werden. Was wird auf der Karte dargestellt, auf welche Daten bezieht sich die Karte, Beschreibung der Kartenlegende und der Werte, Qualitätsabschätzung und Bewertung der Aktualität der Daten sowie eine umfassende Interpretation der Karte. Beispielsweise bietet sich ein Vergleich zwischen den Regionen oder Bahnstrecken an oder die nähere Betrachtung der am stärksten belasteten Gebiete. Für Teilnehmer mit fortgeschrittenen Kenntnissen bietet sich die Aufbauübung im Advanced Level an. Diese erfordert neben der intensiven Auseinandersetzung mit Fragen wie, wie groß ist der Anteil der Einwohner hier Gemeinde, der von Schiebenlärm betroffen ist, welche Gemeinden sind am umfassendsten betroffen, wie verhält sich das Resultat zu der Lärmkennziffer oder welcher realitätsnahe Schwellwert sollte gewählt werden. Eine fortgeschrittene Visualisierung der Ergebnisse oder auch die Erstellung einer interaktiven Karte zeichnen die Übungen des Advanced Levels aus. OpenGeoEDO ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter der Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.